Herzlich Willkommen bei S21 BAU TV. Mit Nachtsichtmodus ein Blick vom Fettinand-Leitnersteg auf die Stadtbahnanschlüsse Richtung Hauptbahnhof. Also die Nachteffekte haben ja auch was cooles und wenn ich schon mal da bin schauen wir mal in die Grube. Also für mich sieht es so aus als ist es bald soweit und der Anschluss kann hier rein laufen. Was ich damit meine ist, es ist genug vom alten Tunnel abgeknappert, so dass der Neue, der von rechts kommt, hier ran passt und dann muss noch die Erde hier komplett raus und die neuen Seitenwände gegossen werden. Also geschalt, armiert, betoniert. Das typische halt beim Tunnel in offener Bauweise. Der Blick rüber zum Niesenbach Zugangskanal ist glaube ich nicht so effektiv, weil da ist alles schon zu. Man sieht hier hell die Deckenplatte. Vielleicht kann ich noch von jetzt im Bild rechts einen Schnappschuss auffangen, denn ich möchte noch den Spaziergang rüber zu BA24 machen. Wie weit da drüben die Baustelle ist. Ist zwar schon dunkel, aber vielleicht geht noch was. Bis gleich. Ciao. 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 Ciao.